Du hast keinerlei Dokumente. Keine Arbeit, keine Eltern, keine Freunde, keine Freundinnen. Mit Namen und Adresse. Ich habe jedoch meinen Ausweis gezeigt. Chef? Verschwinden Sie! Wollt ihr mich verarschen oder was? Kirill kenne ich nicht. Wen meinen Sie damit? Du wurdest wiedergeboren. Ab jetzt wirst du hier wohnen. Hier ist der Schnittpunkt der Welt. Es ist dasselbe Moskau, nur in einer anderen Welt. Und wenn mir meine gefallen hat? Ich wollte nicht hierher. Kennen wir uns beide von früher? Ich will mein Leben zurück, dass sie mir gestohlen haben. Wo ist Anna? In einer Woche werden sie ein anderer sein. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich das schon oft erlebt habe. Lässt sich der Aufprall irgendwie verhindern? Nein. Haben die Menschen eine Chance? Sie werden alle sterben. Ich brauche dich, du Genie. Unsere Welt ist doch ebenso in Gefahr. In dieser Welt voller Freude und Vergnügen werdet ihr schnell vergessen haben, was vorher einmal war. Eure Zukunft wird eine glückliche sein. Ein besseres Morgen erwartet euch. Ich zerstöre ihn, trifft es besser. Hey, hier geblieben. Sie können nicht zu ihrem Turm zurück. Entschläge zwei Stunden. Ich mit dir, der Kollege